hallo willkommen zurück zu unserem lieblings treppenhaus bei wie wer hier ist zwar nicht die chance sondern eher schon die chance aber was soll's eventuell haben wir es und nein wir haben nicht nachgeguckt nein der tz ist von ganz alleine aufkommen ja welch ein wunder ich weiß ich bin da meine meine kopfnadel hat sich auch verändern diesmal habe ich das mein kompass in der mitte bei mir ist kein raum auf ich komme gar nicht hin wo ich hin muss die tür ist zu dem würfel raum eine andere tür aufgegangen ich guck grad weil ich habe ja genug davon also wenn es hier nichts ja alles klar die treppe verschwindet auch um meine u klickt so wie gesagt kommt was ist diesmal in der mitte meine nadel zeigt nach oben zu einem dreieck die spitze ist rechts ja und weiter was ist neben dem dreieck nicht mehr weil es oben ist ich habe ja so ein kreuz quasi so rechts neben dem kompass ist noch mal ein dreieck mit spitze nach unten und links vom kompass ist ein viereck und drunter ist nach dem kompass ist ein fünfeck genau mit spitze nach oben und gerade linie unten und und darunter ist noch mal ein fünfeck und genau umgekehrt da ist die gerade linie oben und die spitze und das ist aber gewesen ja ja geil ich komme weiter ich hab noch mal was noch mal ein würfel ding ich muss eine neue tür finden denn mach schnell die zeit läuft das sagst du so leicht wo ist sie denn jetzt ist sie da auch wunderbar neue runde ok kompass zeigt mit der nadel auf ein dreieck mit der spitze nach rechts mit der spitze nach rechts ja genau unter dem kompass ist ein dreieck mit der spitze nach unten auch falsch weg den blöden würfel weg mit den würfel weg mit den würfel ich glaube kein löwen würfel ok alles klar nehmen wir die gleiche muss er ja sagen gut jo war's ich lauf weiter noch einmal ein würfel ist der letzte denn ok ich glaube ja bescheid lauf 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 ok bin drin alles klar diesmal habe ich den kompass außen zeigt aber nach links bei mir links ist aber kein symbol könnte aber denn das fünfeck sein dass die spitze vom kompass auf dem fünfeck zeigt wenn man das zusammenfaltet quasi alles klar und das fünfeck müsste dann mit der spitze zum kompass zeigen nein und dann ist rechts neben dem kompass ein dreieck mit der spitze nach links warte mal ach schon wieder geh weg also das dreieck zeigt auf den kompass quasi auch nicht ach komm und über das dreieck ist auch nochmal ein dreieck auch wieder mit der spitze nach links also ich habe den zeit der kompass aber auf dem viereck und da drunter ist ein dreieck das auf dem kompass zeigt den halten wir auf naja eigentlich müsste das müsste der kompass auf dem fünfeck zeigen wenn man das so zusammenfaltet ne 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 mit viereck ist richtig ne viereck ist richtig viereck ist ganz unten wenn man den hochfaltet dann ist es richtig ne ist viereck denn glaube ich und da unter ist ein dreieck das auf dem kompass zeigt ne ich habe ein dreieck weil es auf dem kompass zeigt ja ne und hast du noch was daneben rechts daneben rechts daneben ist nur noch ein fünfeck und dann sonst über dem viereck auch noch ein fünfeck ja war richtig nice oooh und ja wir haben nicht nachgeguckt puh da waren nämlich zwei fast identisch die wurden uns anscheißen ja das musste ja bei dem letzten füffel so kommen oh Gott wo die liebe Powerbritsel unter Druck ist ok also ich habe jetzt einmal an der Wand einen Hebel dann habe ich jetzt einen Raum mit Feldern mit Lava dann habe ich hier so ein Steuerrad wie auf so einem Piratenschiff oh Piratenschiff ich will auf Piratenschiff ich glaube hier noch Treppen ich glaube hier noch das Haus der Raum ist aus groß ich bin immer noch nicht da und ich habe Waffen ich kann die Waffen nehmen und sogar angucken und drehen und ich habe eine Waffe in der Hand na lol ich bin hier der Herr am Haus wieso hat der Prübel eine Waffe da kam schon wieder das grusige Lachen die habe ich auch gehabt und bei mir bewegt sich die Tür gibt Gas bei mir bewegt sich das Steuerrad von alleine ok ich habe es nur geholen ok ich kann das Steuerrad festhalten ja das solltest du auch weil du hast um nichts mit der Wand machst du gerade ne? ja gut dann schaue ich mir mal in Ruhe an das sind die von dir es bewegt sich schon wieder ne ich halte es immer noch fest ich kann das nicht mehr festhalten doch jetzt wieder aber ich kann ja auch nicht interagieren mit nichts doch da oben ist was ein Waschbär der im Buch hält klasse wirst alter neuer Raum noch größere Probleme oder was? also genau rechts von meiner Tür links von meiner Tür ist ein Waschbär der im Buch hält und ich soll mir jetzt hier ein Waschbär suchen oder was? das Problem ist ich kann ja denn die Tür nicht mehr weiter festhalten mit Pfeilen ich denke mal du musst die Waffen an die Wand hängen ja aber an welcher Hand an welcher Wand das ist es ja eben weil rechts müsste dann Bogen sein und links müsste ne Feder sein glaube ich wenn du sowas hast Bogen und ne Fäden Distanz ich hab die Überallwaffen Tschüss ich hab jetzt einfach mal einen Hebel betätigt dass irgendwas passiert nein ah warte mal ich hab hier so eine Waffe mit Symbolen ah ich hab so eine Figur da muss ich die Waffen einsetzen wo ist denn hier dieser Waschbär ist das ein Bär? ist das Vogel? ich hab keinen Waschbär oder ein Dachs ah ok das wird er sein und was für Waffen braucht der? ja nicht ja welche Waffen ich da einsetzen muss ich weiß nicht das ist ein Bogen er hat keine Waffe ja lol woher soll ich denn jetzt wissen welche Waffen da reingehören er hat keine Waffe an auf jeden Fall braucht der Hilfsch einen Bogen und wer hat Pfeile im Bogen ein Bogen oh Gott sind die jetzt ein Bogen was haben wir denn hier für Waffen nein 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 Elebat heisst das ist ein Messer das ist auch ein Messer das ist irgendwas rein ja nun nimmts und tot hehehe ein inglücklicher Unfall das Problem ist ich brauche Hinweise was für Waffen da rein müssen ja wie gesagt der Dachs hat ein Buch in der Hand mit einer Krone ja ich habe keine Waffe die ein Buch ist aber was habe ich nicht für dich der Rest ist alles gleich da gibt es nicht mehr ich habe auch keinen Bogen gefunden ich habe immer nur so eine Hiebwaffen Hieb- und Stechwaffen aber ich habe keinen Bogen gehabt müssen wir gleich nochmal gucken ja also ich hatte wie von den Ritterrüstungen weißt du eine Ritter stehen gehabt vier Stück und oben drüber hatte ich in so einem Bogen diese Wappen und da war auch dieser Dachs oder was auch immer das ist ja da war über so einer Figur oder von so einer Rüstung war dieser Dachs und die haben zwei Pfoten diese so offen halten und da muss man die Waffen reinstecken oder reinpacken aber was soll denn bei dem Dachs mit einem Buch sein ach so denn so eine helle Bade war das so ein großes Beil sowas ein Beil hatte ich in der Hand gehabt ja irgendwie sowas in der Art und das hat ein Beil in der Hand bei mir der Hilfsch auch unter der Hilfsch Natur auch das Ding versuch die beiden mal also der Dachs auch? ja ja weil bei dem Dachs habe ich ein Beil einfach mal so in der Hand gedrückt weil ich den eh schon in der Hand hatte weil ich das als tollste Waffe für mich ausgewählt hatte irgendwie so eine Langstielachs ne? naja aber ich hatte zwei so eine Beile einmal so einen mit einem langen Stiel und einen mit einem kurzen Stiel bei dem ich zur Auswahl der Dachs glaube ich die Langstielige gehabt dann gucke ich gleich nochmal das kriegen wir gleich nochmal raus ok diesmal haben wir auch die Überraschung nicht mehr ja aber das Laden dauert immer so lange wir lassen uns hier nicht foppen von dem Spiel nein ach Gott oh Gott das ist ja ein Rauch schlimmer als dann aber ich hoffe wir schaffen das ohne wirklich viele googeln zu müssen das hoffe ich auch ach ja und es sei noch gesagt wenn wir googeln wenn wir gucken oder irgendwas dann werden wir das auch entsprechend offen darlegen also wir sagen schon was denn gegoogelt ist oder was nicht ja also wir machen euch da kein wir spielen perfekt durch naja gut dass wir das nicht machen sollte schon aufgefallen sein ja aber wir machen hier kein ja wir gucken nach und wir wissen es denn auf einmal und so das machen wir nicht kein best of hier ja genau also wir spielen wirklich quasi ehrlich nicht nur quasi sondern wir spielen ehrlich bis jetzt haben wir einmal in den Kerzen geguckt dass es denn quasi eine Uhr darstellen soll und das war's ja aber da wäre ich glaube ich nie drauf gekommen nie so doof so simpel das aber ist ne ja deswegen sag ich ja es ist wieder was simpeles und danach im nachhinein ach komm nun lad doch mal hier bei mir steht auch richtig vorm Checkpoint 1 von 2 ja bei mir steht ja 2 von 2 ja bei mir steht ja 2 von 2 weiß wo man da aufklicken muss das habe ich nicht geklickt eigentlich gar nicht das ist quasi ein Ladebildschirm ohne Lageschnecke oder sowas alles klar ok ich geh zur Waffe ja hör auf zu laden du musst mir jetzt so sagen langer Stiel nix der Hirsch hat ein Schwert ja ein Schwert habe ich in der Hand warte ich kann die leider nur einzeln hinbringen es gibt verschiedene Schwerte das ich gerade ja ich habe jetzt einfach so ein langes wo ist denn jetzt der Hirsch ok Hirsch hat ein langes Schwert jetzt erstmal getroffen ich kann die ja nachher tauschen das ist ja nicht das Problem und der andere hat diese Axt der also das ist ein Tier diesmal ist er aber kein Dachs sondern mit einem kurzen Stier meinst du? ja ok hab ich also ich habe den Dachs mit dem Buch wieder ne ich habe hier so einen kurzen Dachs mit dem Helm oder irgend sowas mit einem Schwert in der Hand weil mir hat hier nix ein Schwert in der Hand achso das Ding meinst du? und der hat so eine Langstier Axt achso Langstier ach scheiße jetzt habe ich die Kutschstier hier auch warte ich hole die Langstier ja scheiße ok Langstier habe ich ja neuuuuuuu ok der hat einmal Langstier braucht irgendeiner das mit dem Kutschstier? nein der Hirsch braucht das Schwert hast du gemacht ne? Hirschh, 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 Hirschh ja der hat ein Schwert ähm siehst du was für ein Schwert dass da unten Zacken dran sein sollen oder nicht? ja das ist unten Zacken dran sein sollen oder nicht? hallo? Hä? Mir fehlt doch aber noch was. Der Dachs mit dem Buch hat noch nichts? Ne, die habe ich auch nicht bei mir. Ich habe nur die beiden. Und ich muss sagen, dass nicht die meiner hinten. Das ist gemein. Ich komme hier nicht mehr hin und gucke. Irgendwas ist bei mir passiert. Irgendwas hat geklingelt oder so. Warte mal, ich gehe mal zu dem Hebel. Ich habe ihn betätigt. Passiert irgendwas? Nein. Mann. Doch. Ich werde jetzt zurück. Ja, weil ich gerade am Steuerrad rumspiele. Ah, ich kann die Wand zurückdrehen, glaube ich. Ach so. Der kann ich auch mal wie einer weiter machen. Gut. Der Dachs mit dem Buch hat ein großes Schild in der Hand. Ein großes Schild. Okay, warte, ich hole den. Die Wand kommt wieder. Ja. Ich musste die Wand immer zurückfahren. Ein rundes oder so ein... Klassisches. Okay, habe ich. Und das andere Tier hat so ein langes Schwert. So, Dachs mit Buch hat erstmal das. Das andere Tier mit Krone. Was ist denn die Ratte oder was das ist? Okay, das hat ein langes Schwert ohne so einen Spitzen oder so einen Haken oder so. Ja. Äh, ist das Schwert so ein bisschen gebogen? Hat das so eine Taille, sag ich mal? Ja. So, wo ist dieses Tier? Ja? Fertig. Was noch was? Geh mal nochmal zurück. Also doch. Einmal dieses... Der Dachs mit dem Schild. Warte, ich drehe mal die Wand hier zu. Lange Köpfe eins. Haufen eins, ne? So weit, so gut. Der Hirsch hat dieses Zackenschwert. Oben schön spitz. Wo unten die drei Zacken sind. Ja. Gut. Dieses Rattenvieh, das nach links guckt. Mit der Krone? So eine Plinnovidehaken nach unten. Ja, aber ich denke, das hat der Hirsch. Warte, nun. Ne, der hat so ein kleines Schwert. Der andere, das Rattenvieh hat ein großes Schwert. Boah, dann sagt das doch. Ich hab doch doch gefragt mit dem Hirsch, ob da so eine Zacken dran sind am Schwert. Das sind doch auch wo. Ja, unten sind doch die Zacken dran. Einmal so. Warte, das Zackenschwert jetzt. Da haben wir es genau für tauschen. Ich mach das lange Zackenschwert bei dem Rattenvieh dran und. Ich muss mehr Ritterspiegel spielen, dass wir die genau bezeichnen müssen. Ja, man muss es ja nicht schreiben, weil die bezeichnen müssen. Zacken sind Zacken. Ende. Ja, weiter. So, und der Hirsch hat jetzt dieses kleine Schwert. Ich hab drei Stück, drei kurze. Was für eins? Du musst mir das beschreiben. Was? Jetzt sehen wir so eine Zacken. So eine Zacken. Ja, Zacken. Das hat mehr so eine Zacken. Und unten, Mitte. Und, um den Griff. Unten, links. Und links. Und rechts. Ne? Du musst es mir beschreiben. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ja. Ich hab ja gesagt. Kleines Schwert. Unten, links hat einfach Zacken. Ja, bei mir sind sie einfach rechts, wenn denn unten. Und nicht links. Oh, bitte das Rad zurück. Ah, die Wand. Ja. Da soll ich jetzt mal mitlaufen. Alter. Genau. Das Rattenvieh hat die Niederhaken nach unten. Ist das lange Schwert? Ja. Hatten sie schon links. Der Dachs mit dem Buch hat was. Klingt nicht das Wunde, das andere. Ja. Haben wir auch. Also liegt der Fehler hier vorne. Es fehlt aber noch ein bisschen was. Wir haben aber noch so ein Tier mit Schwert in der Hand. Was auch immer das ist. Ja, der hat auch die Köpferangst. Die Langstiel-Axt quasi. Die Megabarbaren-Axt. Ja, aber die haben doch alle jeweils zwei Hände. Da muss doch irgendwas fehlen. Ach, vielleicht muss es auch in der richtigen Hand sein, was? Keine Ahnung. Vielleicht da hat nichts. Das musst du mir dann halt eben sagen. Ach, vielleicht sowas auch. Ja, ja. Der Langstiel-Axt war schon mal die rechte Hand. Ja, wenn du vorstehst, ja. Der leuchtet auch richtig. Das Schild weiß ich nicht. Das Schild? Da kann ich nicht gucken, weil es die Wand da vorne ist. Ja, dann schaust du was. Die linke Hand. Der müsste aber die Wand mitkriegen. Ja, warte. Also das Tier mit dem Schwert ist schon mal richtig. Leute. So. So. Der Schildmensch hat linke Seite. Das ist der DAX-Genehmung. Aber es scheint das falsche Schild zu sein. Das sollte nämlich nicht. Ja, aber du hast mir ja auch gesagt, das andere und nicht das runde. Ja. Mit drei Wölbe oben oben und lieber links rechts. Und linke Seite. Ich habe nur entweder ein rundes oder ein spitzes Schild. Mehr habe ich nicht. Ja, dann ist es noch über richtig. Ne, ja, anscheinend nicht, wenn es nicht läuft. Ja, aber ich habe da auch nur. Ich kann ja nur sagen, was ich hier sehe. Guck mal. Der Hilsch. Ja, warte. Ich bin beim Schild bei. Ich habe noch zwei Schilder oder habe ich hier noch irgendwo Waffen? Oh Gott, ich habe hier noch eine Waffenkammer. Aber es ist kein rundes Schild, was noch so Einsparungen überall hat. Ne, unten ist es spitz, ja. So, muss leuchten. Kann sein, sieh ich nicht mehr, sie war davor. Ja, ich mache die Mauer schon. Zumindest hatte ich gerade ein Geräusch gehabt, also müsste es jetzt leuchten. Bist du wohl, dann kommen wir auf links. Ja, ist wirklich. Ja, ich hatte auf der anderen Seite noch mal eine Waffenkammer. Toll. Wo wir die anderen Schwerter nicht gefunden haben. Wahrscheinlich. Das Rattenvieh hat die rechte Seite, das lange Schwert mit vier Zack nach unten, zwei links, zwei rechts. Und oben eine minimale Einwürrung. Oh, jetzt leuchten sogar die Augen. Warte. Müsste leuchten. Ja. Müsste wohl. Dann ist das Schwert vom Hirsch falsch. Ja. Das ist ein Kurzschwert. Und unten hat das auf der linken Seite die drei Sonne, zwei Zehne, sag ich mal. Drei Kurtschwert, drei Sonne, Zehne. Kurtschwert. Ah, ich hab's. War auf der anderen Seite. Auf der rechten Seite. Warte. Okay. So. Oh. Das liegt ja lange nach der Postkammer, wa? Ja, weil auf der anderen Seite waren ja noch mal Waffen. Das wusste ich nicht. Und ach, hör doch auf. Ich bin jeder, du, der immer nicht erklären kann. Ja, konntest du auch nicht. Egal, wir haben's gelöst, liebe Powerbritze, nur das hilft. Ja, ein Glück. Wenn ich die Waffenkammer finde, wirst du dran. Das ist ja schwer den Arsch gesteckt. Die ganze Burg mitbrennen. So, ich hab ja einen Raum. Ja. Ich zufälligerweise auch so. Die Tür ist zu. So, ich hab jetzt auf einmal einen Bug in der Burg. Ich hab hier so eine Mini-Burg in der Burg. Der Boden macht doch bestimmt irgendwas. Nee, doch nicht. Also, ich hab jetzt wieder so einen Wappen mit diesem Tier mit der Krone. Ja. Von eben. Okay, wir ganz neue Bilder. Achtung, meine Güte. Und ich hab eine Mini-Tür, da bin ich zu groß für. Kannst du dich duken? Ja, kann. Aber da komm ich nicht durch. Die müssen wir wahrscheinlich erst aufmachen. Was haben wir denn noch? Ich hab so mal, wie gesagt, so eine Mini-Burg. Ich guck mal, ob ich hier noch was finde. Was haben wir denn noch? Oh, ich hab Bilder. Ich kann Bilder aus der Wand nehmen. Ja, dann musst du die bestimmt, äh, die Bilder müssen zu den Königen da drüber passen bestimmt. Hast du da drüber drei so eine Könige? Äh, na gut, eins hab ich schon komplett auseinandergenommen, aber ja, zwei Könige hab ich noch. Also, bei dem König mit der fetten Krone. Ja, was heißt für dich jetzt eine fette Krone? Was hab ich denn hier noch? Ja. Okay, also nur die Krone, ne? Kein Tier oder sowas. Ne, ne. Ja? Ja. Da ist eine Frau drin, die wurde vom Schwert erstochen. Okay, was hat... Denk ich mal, sieht das so aus wie ein Schwert, ja. So ein... Also kein Pfeil? Ja. Das ist ein Pfeil-Dings. Da hab ich mehrere Pfeile. Ne, dann ist es doch schon richtig, was ich hier drin hab. Oder nicht? Eine rumparige ist es. Ja, die ist rot halt. Glaub ich. Komm nach. Rechts. Mit so einem langen Zopf, glaub ich. Ja, die hat einen langen Zopf. Ja, gut. In der Mitte hab ich dann noch einen. Und die bleibt da jetzt, oder was? Ja. Hä? Das ist doch aber meine Ausgangsposition. So vorne, links, rechts, ne? Ja. Gut. Drei von der Sätze. Und das linke Bild ist bei mir halt die Frau mit dem Schwert erstochen. Ach so, das linke Rüder muss das Bild von der Mitte also nach links. Genau. Kannst du den König auch rausnehmen? Kann das andere Bild? Ich kann alles auch rausnehmen. Gut. Dann musst du den... Aber ich kann das irgendwie nicht mehr einsetzen. Ich kann sie nur rausnehmen. Hä? Ich seh auch nicht mehr, was ich in der Hand hab. Das ist das Problem. Ich kann alles nur rausnehmen. Und sie ist vor allem einsetzen. Das wird's sein, ja. Bestimmt. Ja, aber wo? Diesmal haben wir keine Zeit. Da hinten sind noch mehr Fenster. Ich hab jetzt gesagt, sechs Fenster. Ach, ich sag mal, du musst drüber packen. Wenn die leer sind. Ich kann die leer sind. Ich kann sie nicht mehr einsetzen. Ich kann sie nur rausnehmen, aber nicht mehr einsetzen. Also auch nicht drüber packen. Aus den Fenstern kann ich sie nicht mehr einsetzen. Die fallen mir nur aus der Hand. Und ich kann mir die auch nur angucken. Oh, ich kann die Tür aufmachen. Da ist ein Hebel drin. Und ein Buch. What have I done? Was habe ich getan? Und hier ist nur eine Liste, wo Sachen durchgestrichen sind. Und einfach nur, was in der Liste eingetragen ist. Irgendwelche Namen oder sowas. Aber die Schrift kann man echt kaum lesen. Ist gar nicht. Ich habe einen Hebel betätigt. Ja, der betätigt ja auch. Ist bei dir irgendwas passiert? Nein, aber vielleicht kannst du jetzt die Bilder wieder einsetzen. Ja, warte. Ich nehme einfach mal hier ein Bild raus. Ich nehme einfach hier ein Bild raus. Nein. Ich kann aus dem Bild... Aus dem Fenster... Ich kann aus dem Fenster nur Bilder nehmen, aber nichts einsetzen. Und jetzt ist das Fenster leer, ne? Ja, aber das respawnt wieder. Die setzt sich... Ah, ich habe es gefunden, wo ich die einsetzen muss. Alles klar. Hör auf zu lachen, du Penis. Okay, also ich glaube, wir müssen nur drei Bilder einsetzen. Und du hast auch nur drei Bilder, ja? Ja. Scheiße. Und ich habe davon sechs... Ich habe sechs Fenster mit jeweils drei Bildern. Das heißt, ich darf jetzt schön hin und her rennen und suchen, welches Bild was ist. Okay, fangen wir mal erst mit dem Kopf an. Habe ich linker Kopf, ist der mit der Krone, der grimmig reinguckt. Okay, ich hoffe, das ist denn jetzt der richtige Kopf und nicht, dass ich auf der anderen Seite auch noch mal einen Kopf mehr krone habe. Der guckt nach rechts. So, oder der Kopf ist nach rechts gedreht. Nach rechts gedreht? Ja, ach so, ja genau. Der Kopf ist so nach rechts und der guckt aber so nach links oben, oder? Okay, alles da, dann ist es richtig. Direkt bei mir vorbei. So, und darunter kommt ja die Frau mit dem langen Zopf, ne? Genau. Und der Rotarige mit dem Schwert in der Brust. Genau. Das habe ich. Ich renne da hin und baue das ein. Eingebaut. Was hast du da drunter? Daneben habe ich noch ein Bild. Nee, da drunter, da ist doch nur ein drittes Teil. Ach so. Der Boden. Das soll so ein Unterschied... Ey, das ist so ein Brunnen-Symbol, soll das sein? Glaube ich. Gibt einmal Bäume. Einmal Nadelbäume, einmal Laubbäume habe ich hier und einmal das letzte ist... Das sind Büsche, genau, so eine Bärenbüsche, soll das man darstellen. Bärenbüsche? Und hier habe ich nur Bäume, aber ich laufe mal zu den anderen Fenstern. In der Mitte ist so eine Art Brunnen und links und rechts sind so eine Rotbärenbüsche. Okay. Was haben wir denn hier? Keinen Grund. Aha, habe ich alles klar. Ah, guck mal an. So, alles klar, denn das Bild in der Mitte, bitte. In der Mitte ist der gute Mann mit der Bärenmütze und dem Helm. Eine Bärenmütze. Zumindest so aus. Ich glaube, das ist ein Tier oder so. So ein Vollbettiger. Äh, lange roten Bart? Lange roten Bart? Okay, den habe ich. Ja, dann wollen wir los. So, dann rennen wir mal los. So, was hast du denn denn bitte? Die Frau ist eine Frau mit einem Flügelhelm und Pfeilen in der Brust. Warte mal, Pfeile habe ich doch hier unten schon gesehen. Da, Flügelhelm und Pfeile. Alles klar, hat sie. Wieder hinrennen. Zum Glück ist das nicht auf Zeit. Nee. Und das Letzte. Das sind die Nadelbäume. Acht Stück. Dann müsste das eventuell das hier sein. Nein. Äh, nein. Äh, nein. Ich bin auf der anderen Seite. Ist da irgendwann ein Nadelbaum hier? Miau. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, alles klar. Okay. Das Nächste. Das Nächste ist derselbe Kopf wie davor. Oder? Ja, der Typ, der nach links oben guckt. Nee, warte mal. Es gibt zwei verschiedene. Ach Mist, das ist ja fast identisch. Die kleinen Details wieder, die zu schließen. 0, 4, 5. Ich glaube, beim zweiten. Nee, pass auf, der erste Kopf, ich habe es gerade gesehen, hat einen kürzeren Vollbart. Der danach hat einen längeren Vollbart. Das war minimal. Der mit der normalen Krone hat einen Vollbart? Nein, den du eben gemacht hast. Jetzt hast du ja den auf der komischen Bärenmütze. Wie so, den ersten, den habe ich mit dem normalen. Der erste König war ganz normaler, ohne irgendwas. Nur mit der Krone, der ist so drümmig. Auf oben links. Ja. Der ist auch richtig. Richtig. Der zweite, den wir eben hatten, der hat einen kurzen Vollbart. Und daneben hat er nämlich einen langen Vollbart. Längeren. Oh. Das ist nur minimal. Das sah ganz komisch aus. Aber quasi der Laubbaumkönig. Guckt der denn nach links oder nach rechts? Der dritte mit dem Vollbart. Mit dem langen. Mit dem langen. Mit dem langen. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Der guckt ganz klar nach rechts. Oh, dann ist der nämlich auch schon mal ganz, sowieso schon falsch. Der Bärenkopf hat er diesen komischen Helm auch, oder was das ist. Ja, so ein komisches Spitzes Diadem oder so. Da leuchtet nichts. Da leuchtet über nichts. Und dem langen Wärtigen, der hat dann noch so drei hellere Punkte. Hellere Punkte. So ein bisschen aufleuchten. Okay. Was hat der langwärtige drunter? Welche Frau? Ach so, ja, gute Frage. Das ist eine Frau mit einem Messer in der Brust. Eine Blaudine. Die liegt nach links. Und da blut auf das Mund. Mit einem Messer liegt nach links. Ah, ist das gleich. Die haben schon. Und dann gleich das erste, was ich hatte. So, und da drunter? Vier Laubbäume, so eine Muselbäume. Vier Laubmuselbäume. Ah, das ist ja schon. Wo du mehr die Äste siehst, als das Laub. Ah, okay, also so eine, also welche ohne Blätter quasi. Passt, ja. Dann könnte es vielleicht das Bild sein. So. Ist was passiert? Nö. Aber der fehlt eindeutig an ihm will werden. Gut, schauen wir uns die Bilder nochmal an. Also, wenn ich da vorstehe. Das linke Bild. Die rothaarige. Vielleicht gibt es bei dem König ja auch noch, bei dem ersten König haben wir da auch vielleicht ein Fehler. Der hat eine Krone auf. Ja, aber der guckt nach rechts, also der Kopf ist nach rechts gedreht. Ja, aber der guckt so links nach links. Ja, genau. Ja, dann muss er ja richtig sein mit der normalen Krone. Ja, weil das hieß ja immer, es gibt ja ganz minimale Unterschiede, Janu. Und die Frau hat das große Schwert, Herr Brust. Ja, die, äh, was weiß ich, rothaarige Brünette oder so mit dem langen geflochtenen Zopf. Genau. Ja. Und da drunter ist ja der Busch, ich meine der Brunnen mit den vier Büschen. Genau, hab ich. Alles klar, dann ist bestimmt irgendwas bei der Mittelwart. So, und oben habe ich jetzt den Kurzvollbahn-Typen. Ja, der hat... Mit einer Bärenmutze und auf seine Kleidung sind auch noch zwei Dachse oder was auch immer das ist mit dem Schwert. Genau, das ist richtig. Okay. Wie, ist das noch ein Bild? Der König, da oben ist nur eins, ne? Ja, gut. Ja, genau. Und da drunter habe ich dann jetzt irgendwie einen Typen mit drei Pfeilen in der Brust und einen Bogen. Und Flügel. Helm, genau. Helm, genau. Gut. Und da drunter habe ich diese acht, äh, ja, Nadelbäume oder sowas. Genau, die acht Spitzenbäumchen. Ja. Und der letzte Typ. Und der, der mit dem kurzen Vollbart guckt nach rechts. Oder ist nach rechts gedreht, wie auch immer. Ja, genau. Okay, alles klar. Denn der langhaarige, also langvollbartige, ist auch nach rechts. Ja. Und der hat auf den Schultern so eine komische Glütenknospen. Ja, hat der andere auch gehabt davor. Ja, ja, genau. Aber bei dem sehe ich nur nichts mehr, was drauf ist. Nur so ganz leicht. Angedeutet, ne? Ja. Der andere ist ja auch bei mir gut. Und die Kurne. Das ist halt 30 älteren Punkte. Ja, aber das hat der andere auch schon. Ne, der andere hat das nicht bei mir. Nicht? Gibt es denn noch einen? Aber der andere, der guckt ja... Warte mal, ich glaube mal zur anderen Seite rüber. Weil der andere, der guckt ja dann eigentlich wieder in die andere Richtung. Nach links, glaube ich. Warte mal. Habe ich überhaupt noch einen mit kurz? Ja, aber der guckt nach links. Was anderes habe ich nicht. Dann müsste das ja sein. Also bei mir sehe ich das durch schon mal, dass der Outright Punkte oben drauf hat. Aber ganz, 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 ganz leicht. Ja, leuchtet nicht so wie bei dem anderen, bei dem langhaarigen. Wo ist der Fehler? Und da hat unter dem linken Auto eine Stelle. Ja. Der langhaarige. Da ist quasi da der Zahn vor dem Bär drauf irgendwie. Ja, genau. Ja, das war ja der Richtige. So, dann drunter habe ich dann die Blonde mit einem Blumenkranz im Haar. Ja. Und ein Schwert in der Hand, so ein kurzes und ja, Blut an den Händen und aus dem Mund. Genau. Und vier Bäume. Ja, und da drunter diese komischen vier Laubbäume. Oder sind die Bäume falsch? Gibt es noch irgendwas, Klaus? Ich hoffe, es ist falsch gesagt. Nee, das sind keine vier Bäume. Du weißt ja, wir haben ja gemerkt, dass der Fehler auch manchmal beim Erklärer liegen kann. In dem Fall hier bis Sicherheit. Hat der Grimmig 3-Kunde-König der Erste einen Bart bei dir? Einen kleinen? Ja, so einen da hinten rasierten, sag ich jetzt einfach mal. So ein Drosselbad. Mögt doch. Ja. 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 Oh Gott. Power-Rätsel, was suchst du da für Spieler aus? Wenn wir das Rätsel nicht packen. Vielleicht habe ich auch die falschen Bäume. Ich habe nochmal was gefunden mit vier Bäumen. Da haben die aber halt eben noch Blätter dran und sind nicht ohne Blätter. Ich versuche das mal. Ja, mach das mal. Lausche. Okay, ist dran. Sehr schön. War nichts passiert, ne? Sehr schön. Absolut nichts. Sind bei deinen vier Bäumen so Blätter dran oder sind die eher so nackig? Da ist ein bisschen was dran, aber nicht viel, ne? Also hast du mehr Äste gedöhnt. Ja. Und hast du denn links und rechts sind quasi auch nochmal so ein Ast so rein? Ja. In Ecke? Okay, ja gut, denn es ist doch schon das Richtige gewesen. Scheiße. Irgendwo haben wir eine Kleinigkeit übersehen. Das rechte Bild. Also in der Mitte ist ja der Flügel, Mann. Oder wir müssen doch irgendwas machen, dass das mit den Bildern nicht reicht. Ich habe jetzt zwar auch wieder so eine Wappen mit Symbole, aber die kann ich nicht angucken, die ist mal. Und die sehen doch absolut identisch aus. Guck mal, ob meine kleine Minitür aufgeht. Also irgendwas muss das ja auslösen, wenn wir das richtig haben. Also irgendetwas war da nicht richtig. Ja. Problem ist wieder nur was. Also ich habe hier nochmal so eine Blonde. Die hat aber nur einen einzelnen Pfeil in der Brust. Das ist es nicht, ne? Ne, die hat drei Stück. Ja, dann habe ich da auch schon die richtige genommen. Mann, oh. Hast du zwei rothaarige? Langna, Zopf? Warte, ich gucke mal auf der anderen Seite. Wäre möglich. Ja, ich würde sie erst mal so. Ja, habe ich. Ach, dann ist das bestimmt die mit dem Schwert. Sekunde. Halleluja. Gott, wo war denn da? Hattest du die Stimme auch gerade? Ja. Okay. Ich will nicht, dass wir Attacks der Enemies haben. Ach Gott. Oh oh. Ich glaube, ich habe so ein komisches Spielbrett jetzt bekommen. So quasi wie Schacht. Ja. Ähm. Hallo. Guten Tag. Hallo. Jetzt liegen hier vor der kleinen Burg lauter Steine und hier sind Figuren. Was muss ich denn jetzt tun? Die haben auch Waffen in der Hand. Ich hoffe, die bewegen sich. Ich hoffe, die bewegen sich. Der eine mit dem Kreuz auf dem Rücken bewegt sich hier die ganze Zeit. Das bin ich, glaube ich. Achso. Ja, das bist du. Und dieses Rätts, liebe Leute, lösen nächste Folge. Ja. Wenn wir hier nochmal eine Runde Ticklock, Tablock Simulator spielen. Ja. Table Top. Ja. Ich will ja nächste Woche eine Runde schaffen, würde ich sagen. Beziehungsweise der CZ brettert hier gegen jeden Stein. Gut, ich bin mal gespannt, wie wir dann das jetzt lösen wollen. Alles klar, denn... Wir sagen auf Wiedersehen. Tschüss. Mir da kunst du zuschauen. Ciao.